Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Let's Play Life is Strange Episode 5 Wie heißt die Episode? Ich habe es vergessen Polarized, genau sie heißt Polarized Nicht lang schnell Karadolfo Previously on Life is Strange Was hast du? Rachel in the dark room, over and over That's it We can't trust anybody, except each other You know more about her than me No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers Oh, look, the wonder twins What are you doing in my dorm? You are so fucking dead Nathan is truly psychotic I know he has something to do with Rachel missing Kate wasn't the first All those binders are filled with other victims What are you doing here, Max? Victoria has to be next What a lame gimmick Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard Max, we have to find that spot now What is she doing? I'm sorry, Chloe I'm so sorry I'm so sorry I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger Nathan just texted me He says there won't be any evidence left after he's done Oh, God, Max, look She's still there No, no, no No, no 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 Chloe Look how What the fuck Shhhhh... F**k 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 Ich habe seinen Namen sogar vergesst aus pure Aufregung. Scheiss, verfickter Hurensohne. Chloe kann nicht tot sein, unmöglich. Sie ist schon als Palmeisensplay gestorben. Vor einem Zug fast, im WC ganz am Anfang. Ähm... Ja, ich glaube nicht so etwas. Square Enix. Don't not entertainment. Nein, ich habe vergessen wie der Mark... Mark heißt da, der berühmte Scheiss... Hundesohn. So, wie sehen wir jetzt im Folterkale für Nathan Prescott oder allgemein für den Prescott Family? Don't not entertainment. Sind das unsere Hände? Ja... Muss nicht sein. Wollt ihr uns jetzt vergewaltigen? Wollt ihr Fotos schiessen? Dreht durch, ich weiss nicht wie der heisst. Mark Wiehe! Hey! Polarized. Live is Strange Episode 5. Polarized. Mark Mark. Heisst der Mark Mark? Max Caulfield. Chloe Price. Ah! Fuck! Ich weiss jetzt nicht! Ich drehe durch. Max. Oh, ich habe mich selber aufs Spiel konzentriert. Das sind mehr. Das ist kein gutes Handy. Ich habe mich selber aufs Spiel konzentriert. Ich muss nicht sagen, dass wir das Mikrofon während des Let's Beats ausgeschaltet werden, sonst rede ich es auch. Nicht schreien! Linker Fuss, lösen wir los. Was ist das? Spritze! Nein! Keine Zeit für solche Dinge! Ziehen! Komm, rein! So, was brauchen wir? Foto, ist das ein Foto von uns? Hansel, komm! Ich liebe dich, mich selbst so zu sehen. Jefferson! Du verdammten, perversen, pädophilischen, verdammten Scheiss-Klöten-Lotscher! Komm, Wahnsinn! Ich erinnere mich nicht, was passiert. Ich auch nicht. Das muss wohl die gleiche Drogen, die Nathan auf einem Kamm benutzt hat. Nathan oder Jefferson? Das ist ein Drecksschwein. Ja, sprechen wir jetzt mit ihren... ...Inke Massas zum Foto scharf stellen. WTF?! Jetzt kommen wir wieder ins Foto zurückreisen. Victoria. Wut, auf. Wut, auf. Wut, auf! Oh, mach! Äh, 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 bis kein Morgen mehr! Stau auf! Eide! Scheiße! Jefferson hat auch Victoria verabschiedet? Das ist so schlecht! Ich versuchte, ich würde nie wieder zurück in Zeit zurück. Aber das ist der einzige Weg. Oh, das ist so schlimm. Oh, das ist großartig. Großartig. Oh, Max. Das ist so schlimm. Oh! Oh, das ist so schlimm. 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 Du schlusser Mann! Du hast einfach nicht gehört, hast du? In Wahrheit, du hörst nicht viel in meiner Klasse. Wenn du hattest, du hattest das alles. Verdammt, du bist ein Kampf. Ich habe meine Augen auf dich, und ich habe gesehen, dass du mehr... ...feierlöser diese Woche, als vielleicht deine ganze Leben. Ich habe meine Nummer 1-Roll. Immer die Schmerzen. Das ist die Ultra-Wende des Spiels, das ist der Mark alias Hurensohn Jefferson. Jetzt wissen wir, was passiert ist. Ah, Victoria steht auf. Die werden ja gerade immer in die Leine gestohnt. So, in der Janne, was ist das? Fiole. Fiole sind kaputt gegangen. Was ist da unten? Hm, okay. Oh, Kamera. Ich würde wirklich gerne, dass diese fische Kamera in die Gesichter gefangen hat. Fressenpulieren, Alter. Das umbringen, Mann. Victoria. Hey, Victoria. Es ist Max. Kannst du mich hören? Max. Oh, Gott. Wo, wo sind wir? Was ist passiert? Schöne, Victoria. Du bist du mit Kate. Und ich. Du erinnerst, wie du hier bist? Nein. Ich weiß nicht. Du wirst mich. Du wirst mich über Nathan. Dann bin ich Jefferson für Hilfe. Aber er war so wunderschön. Das ist die letzte Sache, die ich erinnern. Und ich kann nicht mehr, meine Hand. Hilfe, Max. Bitte. Ich bin sorry für alles. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Mark Jefferson hat uns verletzt. Er benutzt auch Nathan. Jefferson ist sehr gefährlich. Wir müssen hier rauskommen, bevor er zurückkommt. Max. Ich kann nur nicht glauben, dass das wirklich ist. Ich will nicht sterben wie das. Ich bin nur 18 Jahre alt. Ich bin nur 18 Jahre alt. Ich habe einen Plan. Niemand wird sterben. Und... Ja. Wir reden das alle ihren schönen guten Einen. Wir sagen, dass er keine Regeln hat gelernt hat. HOLD ON! Niemand wird sterben. Niemand wird sterben. Niemand wird sterben. Was ist passiert? Ich dachte, du sagst, Nathan war gefährlich. Aber es war tatsächlich Mark? Herr Jefferson? Herr Jefferson? Ich sollte mich wissen, dass Nathan nicht alles machen kann. Was machen? Was wird uns passieren? Oh, bitte rauskommen. Ich werde das nicht lassen. Ich werde diesen Scheiß nicht wegziehen. Ich brauche dich zu sein. Ich brauche dich zu sein. Ich kann das nicht alleine machen. Wir müssen uns reagieren, wenn wir klar sind. Wenn er uns wieder zurückkommt, werden wir alles vergessen. Dann Kate Marsh was telling the truth. Even though I knew she wasn't lying. And I could have helped her, Max. But I hurt her. Now it's... It's my turn. Nein, ich habe es nicht mehr gehört. Nein, ich weiß nicht. Das ist ein Schmeier. Nathan und Jefferson haben die Kate geschlagen. Und sie ist die Schuldig. Ich glaube nicht, dass Jefferson das tun kann. Und ich habe sogar einen schreitet, mit mir gewinnen. Ich bin schluss, schluss, schluss. Victoria, wir finden einen Weg, um zu entfernen. Ich versuche... Max... Ich glaube dir. Ich glaube dir auch. Sprechend. Please... Please get us out of here, Max! Okay. Zum Glück hörst du jedes Gestöne nur, wenn du wirklich auch mit ihr reden willst. Das wird mir, glaube ich, schon langsam an den Eiern kratzen. Und das scheisst mich brutal an. Wollen wir irgendetwas machen? Irgendetwas reissen? Hm... Was haben wir da? Also das Fatima schon angesprochen. Ja, kann ja noch. Ich auch. Was ist das? Ordner? Wahnsinn, ja. Komm, gehen wir noch einmal ins Foto rein. Das könnte funktionieren. Please, funktionieren. Äh... Fixieren wir hier und hier. Sie haben uns nur ein Essen zu tun. Sie sind so inocent. Du verletzt mich in den Frieden. Ich habe ein bisschen spektakulieres Bilder hier, Max. Ja, die Viktoria würde nötigen, wenn du in deinem Platz bist. Aber sie verstehen uns nicht unsere... ...комnetz. Du bist der Winner, Max. Ich wähle dich. Du bist der Porträt. Bist du. Du hast zu viel versucht. Ich weiß, du bist Angst. Du hast den gleichen Dough-Eyed look, als du hier wundernst. Du bist mit Angst, als du wissen, was zu passieren. Mr. Jefferson, warum machst du das? Oh, Max. Ich bin so glücklich, dass du diese Frage gestellt hast. Ich bin so glücklich, dass ich die Idee, dass der Moment der Innocenz verabschiedet wird. Das Veränderung von Black, zu Black, zu Gray, und weiter. Die meisten Modellen sind kynisch. Sie verlieren diese Naivete. Aber einige Studenten Blackwell haben ihre Hoffnung und Optimismus mit ihnen, wie ein Aura. Und diese Glückwunsch sind meine Modellen. Meine Subjekte. Ja, du bist ein Psychopath. Und diese ist deine letzte Session. Au contraire, Max. Ich bin so sane, dass niemand weiß, was dich jetzt passiert. Das Bustard. Ich bin so glücklich, dass du Chloe schützt, dass du meine Lieblings-Einheit schützt. Sie hatte eine Schütze. Das war die Schütze, aber das, was passiert, wenn du mit einer Schütze spielst. Oder du mit mir schützt. Es ist besser, wenn sie nicht wissen. Wie eine pure, schütze, Kate. Künstler töten dich. Das habe ich nie irgendwo gehört. Und das kannst du jetzt nicht irgendwie als Gegenargument verwenden. Das funktioniert einfach nicht. Blablabla. So provoziere schön. Er lacht. Dann sagt er will so ein... Oh. Heieiei. Sorry. Noch einmal Künstler töten. Nicht. Artists don't drive teenagers to suicide for any bullshit views. You trained Nathan to drug Kate. To take photos of her. That's why she's dead. Which makes me sad, Max. I will miss her. Kate had such a strong spirit. It was very satisfying to break it down. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. They have Nathan used. That's why Nathan needs to be in the shop. I have exactly the glory of the shop. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. That makes two of you. I helped Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe. Chloe and Rachel. I don't know Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool, anyway. Rachel is dead. I'm sorry, Max. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so... Look at this as a favor. A favor. Oh, I see. You're good. Because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No! You didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject. Like father. But not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. I can see why your instant camera is so appealing. Sorry. This is not art. This is purity personified. That's her fucking thought. If she's sitting there. That's no doubt. I wish you could see yourself now. Pädophilischer Hure. I have all those photos in my diary. This could be a way out. This one is out of focus, but... That's my fault, Max. Oh my god, she's been running back on your day. Kind of angry aura. Have all those photos in my diary. God. He- I wish that he was already in my errands. Jesus was so awful. Jesus, he- Oh the blanket did crazy. Jesus. Jesus, thank YOU! Jesus, Jesus... Jesus Ioannou... That's not 작, he's alive. Jesus... Jesus... Chrysalis, Out of Time, Chaos Theory, Dark Room and Polarized. Also spülen wir diese Episode 4 zurück. Oh, hat ein bisschen drückt. Huh, nein, wir können zurück zu den Ding da. Ich kann nicht drücken, aber auch etwas fällt. Läuer Preis für immer. Ein Bild von wo? Party, 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 Scheune! Da! Ich kann nicht drücken. Ich habe alle diese Fotos in meinem Diary. Das könnte sein ein Weg raus. Verdammt, habe ich etwas verloren. Ich besser zurück. Okay. Wait! Bitte, Herr Jefferson. Max. Ich würde gerne sprechen, aber ich muss wirklich über diese Bilder. Besonders während sie in meinem Geist sind. Ich denke, unsere Session war für mich eine Karriere-High. Ich denke, unsere Session war für mich. WTF?! Heilige Maria und die Folge geht lang. Ihr wisst, was es heisst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir vielmehriella crimes, was ich Guru oder so. Dannl bin pooler. Ge belongings beim K정v. Verdeiss ich michởi.